und damit hallo und willkommen zurück zu stardew welly ich bin der dicke und ja es ist immer noch herbst und in der outro sequenz des letzten videos hatten wir ja besuch von irgendwelchen mysteriösen fehlen ja und jetzt gucken uns das ganze quasi mal an was uns da erwartet und wir sehen okay hier ist einfach mal so dass fast das ganze maisfeld reif geworden das natürlich ziemlich cool darüber hinaus haben wir hier drüben die bären reif also heute wird ein sehr schöner tag ich habe das also ja quasi im gefühl heute wird richtig gut so ich fange erstmal an wie wild die bären zu sammeln ich sollte vielleicht nicht so oft mit irgendeinem messer draufhauen das heißt doch lieber einen rechtsklick machen und ich hab also das wird das wird richtig dick kohle bringen glaube ich wenn man das hier schon sieht wie viele da immer so beiseite fallen das sind ja alles quasi doppelte erträge sehr nice also den tipp kann ich nur jedem mitgeben der hier mit dem spiel noch anfangen wird oder nicht bären bringen richtig dick kohle so gut dann schauen wir unser parallel dazu gleich mal hier das maisfeld an auch hier quasi jede menge zeug zum ernten ja das war eine ziemlich coole aktion von den ferien die da mal eben vorbeikamen und hier sowas krasses gemacht haben gucken uns gleich noch die post an was hier so abgeht ok linus hat also sein wäre im sammelkorb verloren und bittet uns nun wenn wir ihn finden den quasi wieder abzugeben und das werden wir natürlich tun sobald wir ihn finden geben wir ihn zurück selbstverständlich so dann sind wir quasi mitten im business zurück mit der gießerei der blumen und so weiter wunderbar so und auch heute werde ich natürlich dann gleich mal wieder den wetterbericht konsultieren um ja falls es am nächsten tag regnen sollte die gießkanne abgeben zu können weil wenn wir irgendein werkzeug abgeben wir haben es ja in der vergangenheit schon erlebt müssen wir ja quasi einen tag ohne dieses werkzeug auskommen also wir geben es ab am nächsten tag haben wir es dann natürlich immer noch nicht und dann am folgenden tag können wir das wieder abholen das ist natürlich schon mal was aber natürlich setzt das voraus wenn man die gießkanne abgibt dass man dann einen verregneten tag quasi her nimmt dafür da man sonst ja nicht gießen können oder man hat dann irgendwann alles auf sprinkler umgebaut aber dann braucht man ja die gießkanne auch nicht mehr upgraden also wie man es auch macht man sollte es an verregnenden tagen tun so noch eben einfällt das müssen dann die kürbisse sein wenn ich mich recht entsinne und dann sind wir quasi auch schon durch für diesen tag so wunderbar einmal rein ins haus vor den fernseher geschmissen und mal den wetterbericht angeguckt oh it's going to rain all day tomorrow das heißt es wird morgen den ganzen tag regnen so das heißt wir brauchen kupferbarren um unsere gießkanne upgraden zu können das ist ja der wahnsinn super wir haben aktuell nur noch einen aber natürlich jede menge kupfer und dann packen wir da einfach mal hier die öfen weil ich weiß gar nicht wie viele kupfer waren brauchte man zum upgraden ich glaube es waren jeweils fünf kupfer für das erste upgrade das heißt die öfen können jetzt hier so ein bisschen vor sich hin dinge tun und ich pack der war hier mal ein bisschen was zusammen schauen wir mal die steine können da rein kohle und kupfer kann da auch wieder rein wir haben dann quasi unsere fünf schauen wir mal was hier noch so wir haben inzwischen schon fünf solaressenzen nicht schlecht nicht schlecht ok holz und sap und das ganze zeug kommt da rein genau und wir könnten uns mal um die früchte hier kümmern zunächst gucken wir uns das ganze doch mal an und zwar haben wir die aufgabe fall crops bundle wir brauchen auf jeden fall noch ein maiskolben bären brauchen wir so gut wie gar nicht das ist schön aber die bringen extrem viel energie und so dafür dass wir dafür so davon so unglaubliche massen haben nicht schlecht ok pass auf wir schmeißen erst mal kurz ein bisschen was weg wo waren wir denn hier quality da brauchen wir auf jeden fall die maiskörner für das heißt ich pack mir schon mal die maiskolben hier rein und einen normalen maiskolben brauchen wir auch mal genau das heißt hier die klassischen fünf maiskolben hier rüber das verdient was ich schon mal auf vorrat haben falls irgendwann jemand was braucht ein paar bären lasse ich mir auch da glaube ich schauen wir mal so zehn stück zunächst für den nächsten minentrip das wäre glaube ich ganz sinnvoll und den rest schmeiße ich jetzt hier einfach mal rein und dann bin ich auf jeden fall sehr gespannt was da an ertrag auf uns zukommt so wir haben fünf kopfer waren wir haben ein bisschen gold und ich würde sagen dann machen wir das dann rocke ich direkt mal darunter mir fällt gerade ein brauche ich noch irgendwas von da unten für da unten habe ich noch irgendwas fürs museum ja ich habe noch was für das museum und zwar hier diese draft scroll vier aber nicht genau die hatten ja schon abgegeben alles gut ich habe glaube ich alles und wenn dann fällt mir unterwegs bestimmt ein oder auf dem rückweg oder überhaupt nicht keine ahnung waren habe ich auf jeden fall fünf stück am starten ich das haben wieder nur die hälfte da ist wenn wir ankommen wäre natürlich ungünstig und dann muss ich ganz ehrlich sagen dann freue ich mich auf den verregneten tag morgen weil wenn es regnet und wir eh keine gießkanne haben dann wird es darauf hinauslaufen dass wir in die mine gehen so und es ist schon eine weile her dass wir ganz ganz täglich in der mine waren deswegen freue ich mich da ein bisschen drauf so gucken wir noch mal kurz im museum vorbei ob hier jemand sitzt nein penny ist nicht am start ich glaube sie weicht mir einfach aus ja wenn ich kann das verstehen so gucken wir noch mal kurz rein brauchen wir von hier noch irgendwas nö an sich nicht das heißt upgrade tools copper watering can und dann legt der kollege quasi los und wir können das ding dann übermorgen abholen so wenn wir schon mal unterwegs sind werde ich gleich noch mal einen kleinen abstecher hier oben über robins haus machen und hier erstmal eben mit penny quatschen mensch grüßig gut hatte nicht so viel zu erzählen vielleicht sollte ich mir irgendwo mal anfangen durchzulesen was sie mir tatsächlich erzählt dass ist ja essentielles kriterium für eine erfolgreiche beziehung ja und wenn ich die frau irgendwann heiraten will dann muss ich natürlich auch wissen was sie mir tatsächlich erzählt also zumindest bis dahin so einmal hier rein alles klar maru versperrt mit dem weg dann lassen wir mal das rauskommen na quatsch mal kurz mit ihr grüßt sich na alles klar das war es schon und dann reden wir mal mit robin so und zwar möchte ich construct farm buildings mal reingucken hier ist irgendwas mit kub das brauchen wir nicht ja waren brauchen wir auch nicht weil brauchen wir auch nicht ein silo brauchen wir auch nicht aber so ein stall ja so ein pferdestall brauchen wir 100 hart wird für nicht schlecht das ist auf jeden fall mein ansatz und fünf eisenwaren sowie 10.000 gold so pass auf wir gehen gleich mal hier oben lang zurück jetzt ist natürlich die frage 100 hart wird ist nicht wenig da müsste man natürlich anfangen mal diese großen baumstämme dazu zerkloppen minus 9 oder noch mehr zu erzählen gut ist schon weg nach verdammt genau große baumstämme zerkloppen und da würde man dann quasi an hartrott rankommen allerdings weiß ich nicht 10.000 gold ist natürlich sportlich ich würde erstmal abwarten was jetzt hier heute rauskommt bei der ganzen geschichte nichtsdestotrotz kann man natürlich hier den hartwood stamm schon mal zerboxen und wir kriegen tatsächlich nur zwei hartwood aus einem so einem baumstamm daraus das ist nicht viel das heißt wir müssen 50 von diesen baumstämme zu kloppen um an diese 100 hartwood zu kommen das ist ja ein sportlicher ansatz weiß gar nicht haben wir so viele baumstämme hier auf unserem grundstück ich meine bestimmt aber gut früher oder später wird es darauf hinauslaufen dass wir genau das tun müssen was ist denn jetzt ach ach mein schwert hat sich hier alles ein bisschen verschoben okay das muss ich immer gerade zurecht schieben wieder so und dann läuft das hier auch okay auch hierfür haben wir nur zwei bekommen also scheint tatsächlich so der gängige faktor zu sein hier zwei hartwood für einen baumstamm das wäre natürlich total klasse wenn das noch irgendwie zu steigern gänge weiß ich nicht wenn ihr da was wisst sagt es mir gut ab und zu findet man ja auch hartwood in diversen kisten in der mine oder so also das kommt ja auch ab und zu mal vor wäre natürlich auch eine möglichkeit da den benötigten vorrat anzusammeln so gut die energie ist am boden die ernte ist soweit verkauft oder ja und ich pack hier eben noch mal so weit alles weg moment doch hier war ich schon richtig das kommt da rein das kommt da rein und dann müssen wir hier an zack zack so wie die beiden dinge so und jetzt gucken wir noch mal kurz hier rein vielleicht ich bin mir gerade nicht sicher können wir ja hartwood auch irgendwo herstellen aber nein nein das sieht nicht gut aus nur gut alles klar dann leg ich mich erstmal ins bett und hoffe der wetterbericht hat mich nicht angelogen Oh, Level 9 Farming. Wir können jetzt einen Seedmaker herstellen. Und einen Iridiumsprinkler. Und Quality-Dünger. Das ist natürlich ziemlich krass. Und jetzt bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Oh mein Gott, 15.187 Gold. Und wenn wir uns das Ganze mal angucken. Ja, die Cranberries sind natürlich der treibende Motor bei dieser ganzen Geschichte. Ja, okay, die bisschen Maiszeug hier. Das sind dann nicht mal 1000 Gold. Aber die Cranberries sind der Wahnsinn. Und das ist krass. Einfach nur heftig. Alles klar. Gut. Und damit sind wir am 9. Tag des Herbstes. Und ja, es regnet. Tatsächlich, der Wetterbericht hat mich nicht angelogen. Ein Traum. Ein Stückchen Himmel auf Erden. Okay, also das größte Event des Jahres wird quasi dann in einer Woche quasi starten. Und das ist quasi nur so eine kleine Infopost. Alles klar. Haben wir zur Kenntnis genommen. Hier ist alles schön bewässert. Das ist gut. Es ist nichts reif. Das heißt, wir rocken direkt mal los. Ich nehme hier noch ein bisschen was mit. Und zwar am besten die Cranberries von gestern. Wo haben wir sie? Ja, falsche Kiste. Zack. Und da habe ich auf jeden Fall ein bisschen was zu essen. Ich habe... Jetzt kommt hier schon wieder ein Flugzeug. Ich hoffe, man hört das nicht allzu sehr. Ähm... Sämtliches Werkzeug, was ich brauche, habe ich am Start. Was zu essen ist am Start. Und dann rocken wir los. Und dann geht es ab in die Mine. Gut, die Axt hätte ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen müssen. Und wir sehen, hier gibt es Würmer. Kaum regnet es. Okay. Ja. Wir haben ein Buch gefunden. Und anscheinend gibt es jetzt neue Bücher in der Bibliothek oder so. Keine Ahnung. Ähm... Wo war ich jetzt gerade? Ach ja, genau. Äh, Würmer. Ähm... Muss wohl... Nur irgendwie mal regnen. Und das hatten wir ja bis jetzt noch nicht. Deswegen... Gab es bis jetzt vielleicht auch noch keine Würmer. So, ab in die Mine. Und ab in den Fahrstuhl. Und ich hoffe, heute schaffen wir es mal bis Level 55. Und finden hier natürlich nebenbei noch ein bisschen was Braubas. Da ist gleich der Abgang zu Level 52. Das ist natürlich sehr nice. Nichtsdestotrotz haben wir hier noch den... Komischen Geist wieder am Start. Weiß ich nicht. Ignoriere ich den einfach mal. Quasi... Weil wir ja keine Zeit haben. Aber das Eisen würde ich hier gerne noch mitnehmen. Und da drüben ist auch noch Quarz. Das... Ach. Wir töten den Geist. Natürlich. Und hier gibt es noch jede Menge anderes Zeug. Oh mein Gott. Das wird kurzes Quarz gegrabt. Und jetzt rock ich hier einfach weg. Das ist mir gerade zu heiß. So, auch hier ein Geist am Start, den ich versuchen werde zu ignorieren. Wir wollen ja irgendwo auch mal ein bisschen tiefer in die Mine kommen. Und da können wir uns solche stundenlangen Fights mit Geistern und derartigen Zeug halt einfach nicht leisten. So. Hier gibt es erstmal noch ein bisschen Kupfer. Okay. Cool. Okay. Da wurde ich wohl getroffen. Ja, und hier kommen wir dann anscheinend nicht um das Töten drumrum. Das heißt, da müssen wir ein bisschen Geduld bewahren, äh, beweisen, wie auch immer. Und dann müssen wir hier auch noch den Weg nach unten freidiggern. Ich könnte ja einfach schon mal hier in der Mitte anfangen, ein paar Steine beiseite zu räumen. Vielleicht finden wir da schon den Weg nach unten. Wobei ich glaube, das letzte Mal in einer derartigen Map war er außerhalb des Bereichs in der Mitte. Ich bin mir aber noch nicht so ganz sicher, ob das immer am gleichen Ort ist oder ob das tatsächlich variiert. Konnte ich in der Vergangenheit noch nicht wirklich gut beobachten. So. Ich könnte auch einfach immer, wenn der kommt, mit der Spitzhacke mal kurz zuhauen. Das macht ungefähr den gleichen Effekt. Oder auch nicht. Ne, Schwert macht schon mehr Schaden. Puh, so langsam könnte er dann aber mal down gehen, der Kollege. Jop, da ist es passiert. Wieder eine Solar-Essenz gefunden. Können wir schon diese großen Steine zerlegen? Jop, können wir. Oh. Nice viel Stein und natürlich gleich der Weg nach unten. Sehr nice. Wunderbar. Nehmen wir hier gleich mal auch diesen Stein hier mit. Und natürlich das Kupfer. Und damit sind wir im Level 54. Wir haben es 11.10 Uhr. Das sieht ganz gut aus, dass wir es heute vielleicht mal schaffen ins Level 55. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg nach unten finden. Und dann wäre es quasi auch schon erledigt hier. Ich glaube, ich werde erst mal hier im Bereich der Leiter anfangen zu kloppen. Ich habe so das Gefühl, dass die Leiter nach unten gar nicht so weit von dieser Leiter hier entfernt ist. Aber das Gefühl kann mich natürlich auch täuschen. Schauen wir mal. Gut. Diesmal hat es tatsächlich nicht so gut geklappt. Ich gucke mal nach hier unten. Der Energiebalken ist auch schon wieder halb leer. Das heißt, man könnte... Ich schaue mir jetzt mal so eine Cranberry rein. Mal gucken. Was haben die jetzt hier von Stats her? 15 HP und 38 Energie. Zack. Naja. Gut. Ist jetzt nicht die Welt. Aber dafür, dass es tatsächlich so ein krasses Massenprodukt ist, kann man da schon mit leben, glaube ich. Ja, ob wir dann tatsächlich den Heck nach unten noch finden. Da ist er. Mensch. Man muss nur mal anfangen zu nörgeln, dann läuft das auch so. Und damit haben wir quasi Ebene 55 freigeschaltet und somit auch den Fahrstuhl hier hin. Super. Das freut mich sehr. Upsa. Ich sollte mich dann auch richtig rumdrehen. Ähm. So. Dann können wir den Slime hier noch eben freilegen und dann können wir uns um den quasi auch parallel kümmern, während wir hier den Geist vermöbeln. Die Geister haben den charmanten Vorteil, die können auch Gold droppen. Ja, ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier in dem Let's Play schon mal hatten. Aber irgendwann habe ich das schon mal tatsächlich erlebt, dass die Gold droppen und zwar, ich glaube sogar direkt Gold barren. Also kein Golderz, sondern barren. Das ist natürlich ziemlich cool. Dann ist quasi ein Geist sowas wie ein geschenkter Sprinkler. So, na gut, ich laufe schon mal ein Stückchen weiter. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob wir das Level 60 jetzt hier noch angehen. Ich meine gut, zwei Uhr Nachmittag ist klar, warum nicht, ne? Ob wir es natürlich schaffen werden, ist fraglich. Aber gut. Wir wollten einen Tag in der Mine, wir bekommen einen Tag in der Mine. Und hier, Tatsache, okay, Goldohr, also kein Barren direkt. Aber drei Golderz sind auch fast ein Barren, ja? Muss man an der Stelle mal eindeutig sagen. So, und dann kloppen wir hier mal noch ein paar Steine kaputt. Vielleicht ist ja der Weg nach unten irgendwo dabei. Das wäre schön. Nein, die Steine am Rand spare ich mir jetzt mal. Ich kümmere mich lieber erstmal hier ein bisschen um die zentral Gelegenen. Weil, weiß ich nicht, so einen Abweg, also Weg nach unten am Rand hatte ich bis jetzt noch nicht wirklich. Glaube ich. Okay, die Energie ist schon wieder ganz schön am Boden. Ich hau mir noch eine Cranberry rein. Und am besten direkt noch eine. Weil so viel bringen die tatsächlich nicht, stelle ich gerade fest. Aber ich bin der Meinung, jetzt hier diese Geräte, die ich mir da sonst einverleibt habe, die haben auch nicht viel mehr gebracht. Okay, hier ist der Abgrund und er war tatsächlich direkt am Rand. Dann vergesst du alles, was ich gesagt habe. Wir beginnen erneut bei Guten Morgen. Und hier gibt es auf jeden Fall jede Menge Eisen und das ist schön. Eisen ist sehr nice. Da brauchen wir es uns nämlich nicht mehr beim Schmied kaufen, wenn wir mal wieder ein paar Springtel herstellen wollen. Deswegen nehmen wir das natürlich hier alles mit. Und zwischendurch haue ich mir hier noch ein paar Cranberries rein. So, zack. Wunderbar. Fünf Uhr nachmittags haben wir es inzwischen. Oh, und ein Blick auf die Uhr verrät mir auch, dass die Folge schon inzwischen Überlänge hat. Das ist ja der Wahnsinn. Das heißt, ich werde hier noch eben dieses Tierchen beseitigen. Und dann werde ich an der Stelle den Cut machen. Und dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Stardew Valley. Ich bin der Dicke. Bis dahin.